Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von PlayGaddon. In der letzten Folge, das war wirklich die nervigste Stelle im ganzen Spiel bis jetzt. Diese Klicker, die haben uns so gewaltig genervt. Ich bin, ich glaube, viermal oder so an den Klicker gestorben. Dann habe ich die Taktik mal probiert. Wir bringen den Klicker als erstes um. Und dann der Rest, aber Joel, ähm, es wäre Joel, hallo, kannst du bitte, achso, wir sollen es festhalten, okay, hab's verstanden, hab's verstanden, okay. Dankeschön, Bratis. So, mal gucken, was hier so liegt. Alkohol oder so, was ist das, ne? Ja, das können wir mal gebrauchen für Medikits oder sowas in der Art. Oh, das ist auch wieder sehr gut. Und wieder eine halbe Schere, daraus können wir immer ein Messer machen. Was nicht schlecht ist, würde ich mal jetzt so behaupten. Wir gehen einfach mal weiter und gucken so, was uns hier noch erwartet. Wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Aber keine Zombies. Oder? Ja, eigentlich müsste ich das erwarten in einem Zombiespiel. Dass so viele Zombies auftauchen. Ich schätze mal, wir sollen hier runter, was? Hier können wir durch. Tatsächlich? Alles. Nur keine Klicker. Ist hier irgendwas? Ne, es scheint nicht so. Das trifft sich schon mal gut. Dann geht's noch mal runter. Oh, fuck. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir's erst mal ruhiger angehen. Oh, ja. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann? Tja, nicht dieses Mal. Ich glaub das erst, wenn ich's sehe. Vielleicht hier irgendwo hoch? Ja. Achso, da geht's lang. Okay. Bin ich umsonst schwimmen gegangen. Aber dafür ist Tess ja da. Um uns den Weg zu weisen. Eventuell hier hoch. Hier schätzungsweise, ne? Und dann hier hoch. Und? Keine Z... Sind wir im Kreis gegangen? Sind wir grad wirklich im Kreis gegangen? Ach, fuck. Wieso sind denn die denn... da lang gegangen? Hä? Äh, wo sind die jetzt? Ach, da oben. Ah, okay. Dann müssen wir anscheinend da oben bleiben. Man kann sich hier leicht verirren. Ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ja, wo soll's denn... lang... Wollt ihr mich verarschen? Ah. Oder vielleicht hier... Ah! Hab's verstanden. Hab's verstanden, Spiel. Schätze mal hier lang, oder? Was anderes wird mir jetzt auch nicht so spontan einfallen. Hier lang. Jo. Das sind keine guten Geräusche. Die da herhallen. Ach, sie geht einfach vor. YOLO, ne? Not bad, not bad. Pfff. Was war das? Am Ärmel. Firefly. Ja. Die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt von draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt. Molotow. Setze Molotow Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L1 kannst du Molotow Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Gehe sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotow Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikits. Jetzt zum Treffpunkt. Aha. Das ergibt natürlich Sinn, aber ich werde trotzdem mal die Waffe tauschen. Ich laufe momentan lieber mit einer Pistole rum, als mit einem Molotow Cocktail. Ach, verdammt. Hier können wir wohl nicht mehr lang, was? Ach, da liegt noch was? Okay. Dankeschön. Können wir hier lang? Jo, tatsächlich, wenn man klettert, ne? Hä, man kann hier doch locker lang, oder nicht? Wenn man so ein bisschen klettert? Ich meine, ist auch nicht so schwer. Oh, schön, fünf Pillen, das ist geil. Hier haben wir acht Backsteine. Wir wechseln dann immer unsere Waffen. Puh, ja. Wo geht's lang? Das ist eine gute Frage, die wir uns jetzt stellen könnten. Ich hab hier noch was gesehen. Zettel dir. Dankeschön. Firefly-Karte. Hier geht's auf gar keinen Fall lang. Wäre cool, wenn ihr mir sagen könntet, wo es lang geht. Ups. Wo es lang geht. Aber im Notfall müssen... Wir müssen... Ah, okay. Oh, oh. Fuck, ein Klicker, Mann. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert. Jo, wahrscheinlich. Pass gut auf. Klar. Fuck, hab ich auch. Ich dachte... Klicker können dich auch noch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leise zu bewegen. Wenn man dich hört, halten alle an und warte, bis du dich sicher bewegen kannst. Willst du mich? Er kommt zu uns. Okay, wir müssen uns ganz leise verhalten. Ist das ein Runner, oder? Ein Klicker. Erwürgen tun wir mal. Verhaltet euch doch leise. Oh, oh. Wie viele sind noch hier? Verdammt, das sind sehr viele Klicker. Wir haben gesehen, wie gefährlich die sind und was die aushalten. Ein paar Kugeln. Mist, aber auch. Volle Konzentration. Alter, wie viele sind da denn? Oh, wir können unmöglich alle erledigen. Oh, eine Nahkampfwaffe. Die kann für Klicker helfen. Medikit oder irgendwas in der Art. Müssen wir alle erledigen, oder können wir hier vorbeigehen? Ich versuch's einfach mal mit vorbeigehen. Es ist unmöglich, alle zu erledigen. Beziehungsweise sehr, sehr schwer. Das sind frisch Infizierte. Ist ich lebensmüde? Okay, wir müssen doch anscheinend alle erledigen. Das ist ein Backstein. Tatsächlich. Im Notfall müssen wir die mit einem Backstein weglocken. Auf L1 können wir die werfen. Okay. Wie viele sind denn hier? Es sind so viele. Pass doch auf, Tess. Komm her. Farm, Junge. War mir zu laut? Scheint nicht so. Wo ist der Klicker hin? Er ist hier im Raum, oder? Ah, Ellie, pass auf. Mit einem Klicker spaßt man leider nicht. Da außen läuft noch einer rum und da hinten ist ein Klicker. Ich versuch den als nächstes zu erledigen. Wie gesagt, im Nahkampf hat man gar keine Chance. Das haben wir auch gesehen. Boxen bringt gar nichts. Die halten. Die halten leider zu viel aus. Komm her. 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 Ich würde ihn gerne greifen. Was ist das denn? Hä? Ich stand doch hinter ihm. Ich wollte ihn greifen. Oh, nee. No. Ich glaube, ich werde das auch wieder überspringen. Wir sehen uns gleich wieder. Wisst ihr, was wir jetzt probieren werden? Wir haben kein Messer mehr. Das habe ich vorhin nicht bedacht. Wir werden einfach einen Molotow-Cocktail werfen. Wenn wir einen sehen, der müsste dann eigentlich grepieren. Schätze ich mal. Ich habe das jetzt eigentlich relativ schnell angestellt, die ersten Tode. Ich weiß nicht, wie laut so ein Molotow-Cocktail ist. Gedrückt halten, ey. Kommt er zu uns? Wie wirft man? Na, fuck. Der eine läuft da rum. Ich hoffe, die Szene wird hier auch nicht allzu langweilig. Denn ich weiß, wie lang das werden kann. Habe ich im letzten Part gesehen. Die laufen perfekt rein. Ist er verbrannt? Perfekt. Wir müssen den einen jetzt erschießen. Wir müssen ihn wirklich erschießen. Fuck, Alter. Der hat mich erschreckt, Mann. Ich glaube, ich werde ihn erschießen, wenn er hier lang geht. Ich glaube kaum, dass er hier rüber springt. Und wenn ja, sind wir gearscht. Er kommt her, er kommt her. Nein, 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 nein. Hilf mir doch, Chris. Was machst du denn da, du dumme, blöde Kuh? Was machst du denn? Das ist kacke. Ach, ich werde es wieder überspringen. So, Leute. Da wären wir wieder. Nur noch ein Klicker muss erledigt werden. Ich werde wieder einen Molotow-Cocktail herstellen. Ich habe kein Messer. Weiß auch nicht. Ja, ich beeile mich schon, Mann. Stell dein Leben. Wo läuft der entlang? Ach, da draußen. Es ist ein bisschen blöde, dass ich für ihn einen Molotow-Cocktail verschwenden muss. Anders weiß ich mir nicht, zu helfen. Es lauft da rein. Wieder sind zwei. Wieso sind da noch zwei Stück? Ich fühle mich vom Spiel verarscht. Hallo? Super, aber auch. Ja, verbrenne, du Miststück. I don't give a fuck. Ja, ich will die Waffe nehmen. Habe ich jetzt? Gut so. Sind wir in Sicherheit? Wenn wir jetzt auch irgendwo Klicker sind. Dann raste ich aber aus. Oh, fuck, Mann. Oh, das war jetzt alle, Gott sei Dank. Oh, das war wieder so ein nerviger Teil des Spiels. Ich sollte hier vielleicht rumgehen und Sachen sammeln. Die beiden warten natürlich nicht auf uns, aber ich bin froh, dass wir das auch geschafft haben, denn dieser Teil ist wirklich nervig. Wenn diese Klicker da sind, wenn diese Klicker da sind, ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber ich kann ja jetzt schon sagen, dass diese Klicker die nervigsten Dinger im ganzen Spiel sind. Die halten total viel aus und im Nahkampf umschlagbar und machen ja einiges. Das heißt, ich bin froh, jetzt hier oben zu sein, wo die Klicker nicht hin können. Hopp. War es das jetzt mit den Dingern oder sind die noch irgendwo welche? Oh, Gott sei Dank, ey. Hoffentlich hält das ewig. Auch, wenn ich schon ein paar Mal darin gestorben bin, aber das juckt ja keinen. Scheiße, da sind welche drinne. Ja, Vorsicht erstmal. Fuck, ey. Okay, wir werden erstmal zum Revolver wechseln. Wollen wir hier Krach machen und boxen? Ich glaube schon. Aber davor werde ich mir erstmal... Hey, Medikid brauchen wir nicht. Das werden wir jetzt... Ich würde ihm einen Headshot geben, sodass er sofort tot ist und dann können wir weiter. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck of this shit. Hilf mir doch, Tess, hilf mir. Wieso boxen nicht alle? So. Waren das alle? Gut so. Jetzt brauche ich ein Medikid. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass wir noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Maximale Gesundheit können wir auch noch nicht machen. Lauschdistanz-Modus will ich noch nicht erhöhen. Ich meine, hier ist keiner mehr. Okay. Okay, dann mal los. Schauen wir jetzt was. Ach, das müssen wir rausschieben. Ja, gut. Ich glaube, ich muss hier gleich trotzdem nochmal reinschauen. Von wegen... Vielleicht ist hier was und... Wow, Ellie, aus dem Weg. Äh, ja. Kannst du mal bitte... Dankeschön. Kannst du mal, glaube ich, irgendwie so hier hinstellen. Ja, müsste passen. Wenn wir jetzt den hier machen und... Ne, das Spiel will natürlich, dass wir das genauer machen. Müssen wir an den Truck oder kann man auch... Ach, kannst du mal bitte weggehen? Ach, dankeschön. Oh, na, danke. Oh, Gott. Noch nicht gehen. Ich will noch hier einige Dinge suchen. Und dann würde ich auch die Folge beenden. Ah, ist ein Grafikpack gerade gewesen. Das Lul. Sonst hier scheint nichts mehr zu sein. Hier, Schubladen. Das hat sich schon gelohnt, dass wir hier reingegangen sind. Wir können bald wieder, glaube ich, ein Messer herstellen. Und Messer sind für Klicker verdammt wichtig. Das haben wir vorhin gesehen. Dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020